pünktlich zum 1. august gibt es wieder die meilen highlights und auch die meilen schnäppchen was erwartet euch in der heutigen sendung die ich frisch gepresst für euch habe und zwar zum 1. august gleicht die lufthansa group die horn circle und die senator vorteile für begleitpersonen bei der sitzplatz reservierung zwischen austrian airlines brussels lufthansa swiss an was es genau bedeutet in der sendung weiter geht es dass es 30 jahre meister morgib das habt ihr ja mittlerweile festgestellt aber es gibt drei gewinnspiele für meister mor teilnehmer die diesen monat getriggert werden ja ganz genau und was gibt es noch bleibt gespannt wo ihr mehr malen mehr punkte und vor allem auch mehr freude sammeln könnte lufthansa malz im morgib 30 jahre und natürlich werden wir als teilnehmer gefeiert die kampagne haben wir ja schon mehrfach vorgestellt in der sendung mit dieser kampagne möchte lufthansa natürlich uns feiern und auch euch feiern die ihr das programm zu dem gemacht habt was es heute ist wenn ihr diesen link klickt den ich hier eingeblendet habe dann kommt ihr direkt auf die webseite wo die ganzen überraschungen aber auch wechselnden aktionen promotet werden also vergesst nicht diese zu kontaktieren die seite ja so geht das ich habe den link natürlich auch unten wie auch alles was in der sendung vorkommt unten verlinkt in den kommentaren das heißt also ihr braucht sie nicht abzug status neuigkeiten am ersten august und zwar die sitzplatzreservierungsvorteile für begleitpersonen von horn circle membern aber auch senatoren werden konzern weit in der lufthansa group angepasst und zwar ist es so dass es ab heute in der lufthansa group die vorteile für die begleitpersonen von horn circle mitgliedern aber auch senatoren bei der vorab reservierung von sitzplätzen gibt also das heißt ab jetzt bei austrian airlines bei brussels bei lufthansa aber auch bei der swiss dieselbe reglung begleitpersonen von status teilnehmern oder status inhabern erhalten bei der sitzplatzreservierung dieselben vorteile wie der status teilnehmer so kann ein horn circle member oder ein senator bis zu acht begleitpersonen die in der gleichen buchung erfasst sind von den gleichen vorteilen der sitzplatzreservierung profitieren dies gilt nicht für gruppenbuchung ganz wichtig weil das sind ja mehr als neun personen und die neue regelung gilt nur für die vorteile der sitzplatzreservierung nur damit ihr es wisst denn andere vorteile für die horn circle mitglieder oder senatoren bleiben hiervon logischerweise unberührt bitte beachtet aber auch dass nur die begleitpersonen eines horn circle mitglieds oder eines senators innerhalb derselben buchen von den gebühren der sitzplatzreservierung befreit werden die regelung von der lounge begleitung oder sonst was wäre natürlich nicht geändert wie gelten die alten regeln auch logisch falls ihr die sendung zu der myflex kreditkarte von miles and more nicht gesehen habt ich habe hier irgendwo die sendung verlinkt könnt ihr euch das noch mal schauen aber ich gebe euch mal in kürze die vorteile der karte und zwar 0 euro monatlicher kosten die karte ist kostenfrei dann bei jedem karten umsatz pro zwei euro einen lufthansa miles and more prämien punkt angefangene ausgaben könnt ihr bequem in raten zurückzahlen rückzahlung zwischen 10 und 50 prozent der angefallenen ausgaben flexibel einstellbar dann geht es weiter mit individuell buchbaren zusatzpaketen mit 100 prämienmalen je neu gebuchten paket das sind so die merkmale dieser karte aber geht auf den link den ich euch eben oben eingeblendet habe und schaut euch an was wir noch zu dieser karte zu sagen haben und wie wir sie empfehlen oder auch nicht empfehlen aber schaut es euch an drei meilen pro ausgegebenen 1 euro oder einem us dollar bei booking.com für buchen die ihr im august vornimmt und dann bei meister sammeln sammelt sammelt ihr wirklich drei punkte also drei prämien meilen pro ausgegebenen euro beziehungsweise us dollar die buchung muss ganz wichtig im august erfolgen aufnheitszeitraum kann natürlich auch außerhalb des buchungszeitraums sein zugang zu mehr als 28 millionen angeboten auf booking.com in über 150.000 destinationen beste verfügbare tarife und ein verbindliches preisversprechen sofortige bestätigung für jede reservierung keine buchungs- oder verwaltungsgebühren flexibilität bei der stornierung ausgewählter tarife und buchungen 24 stunden sieben tage die woche gibt es den kundenservice reservierungszeitraum ist der erste 8 2023 bis zum 31 8 2023 aber denkt dran alles was über booking.com bucht gibt es bei hotels zum beispiel keine status vorteil sollte man immer im hinterkopf haben auch diesen august gibt es wieder ausgewählte partner bei denen es mehr prämien meilen gibt und zwar 20 fache prämien meilen oder 5000 prämien meilen zusätzlich bei ausgewählten partnern im august ist das wieder so dass diese meilen angebote natürlich spannend sind gucken wir uns die mal in detail an 20 fache meilen bei mcgiffey dem zeitraum ist vom ersten bis zum 31 august 10 fache meilen gibt es auch bei marriott für buchungen und aufenthalte im angebotszeitraum vom ersten achten bis zum 31 achten dann geht es weiter achtfache meilen bei under armer aktionszeitraum ist auch hier wieder der ganze august weiter geht es dann bei lululemon ja ganz genau auch hier aktionszeitraum für die sechsfachen meilen der ganze august dann haben wir bei den freunden von shopping now tomorrow und bei bol.de fünffache meilen auch alles im ganzen august vierfache meilen bei febo direkt also ferienwohnungen und da ist der zeitraum auch alles wieder der ganze august dreifache meilen gibt es bei best western für buchungen aufenthalte im angebotszeitraum vom ersten achten bis zum 30 neunten sogar in dem fall 5000 zusätzliche meilen gibt es bei avis für im angebotszeitraum angemietete fahrzeuge und zwar sind es bis zu meilen denn von 1 bis von drei bis fünf tagen so ist es richtig schuldigung 1500 meilen zusätzlich von sechs bis neun tagen sind 2000 von zehn bis 13 tagen sind es 3500 wenn er von 14 bis 17 tagen das macht sind es 4000 und wenn er von 18 bis 21 tage das bucht dann gibt es 5000 punkte reservierungszeitraum ist der erste achte bis zum 31 achten aber ihr könnt die anmietung bis zum 15 12 machen also dann kriegt ihr direkt die angebote gültig sind die angebote von best western hotels zum beispiel nur in deutschland österreich der schweiz luxemburg kroatien und tschechien und slowenien das muss ich nach online shopping gibt es sogar 40 fache meilen es zu natürlich wie immer das wisst ihr ja im august bei ausgewählten online shops und da ist es so dass der online discount achtfache meilen gibt in allen anderen tagen im august vierfache meilen heißt also der aktionszeitraum ist da vom 19 bis zum 20 8 40 fache meilen gibt es bei nord vpn zehnfache meilen bei nord green brillen 24 schöffel fünffache meilen gibt es bei otto und 5000 prämien meilen wie einfach den abschluss eines zwölf monats neu vertrags in den sparten strom und gas aktionszeitraum ist hier ganz wichtig erste 8 bis 31 8 aber nochmal hervorheben am wochenende vom 19 bis zum 20 ausgusten noch mehr meilen bei office discount da gibt es achtfache meilen in diesem zeitraum am wochenende 19 oder 20 ansonsten hat vier denkt dran wenn ihr da bucht und kauft vor allem workshop angebote des monats bis zu 20 prozent meilen und preisnachlass auf gott taschen ich weiß gar nicht wie man es ausspricht gott so ist es richtig diese neuen reisen begleiter den ihr euch aussuchen könnt gibt auf ausgewählte rucksäcke aber auch taschen von gott bag gott hört sich irgendwie toll an bin mal gespannt dort gibt es dann im august 20 prozent meilen oder preisnachlass die produkte von gott bag sind aus recycelten ocean impact plastik und es gibt sowohl online aber auch in den workshops vor ort diesen rabatt workshop findet ihr natürlich unter workshop punkt eu aktionszeitraum der ganze august bis zu 25 prozent meilen nachlass oder 17 prozent preisnachlass für ausgewählte elektrogeräte für technik fans oder diejenigen die viel unterwegs sind wartet auf worldshop punkt eu ein attraktives angebot bei infinity lab der preisnachlass ist auf kabellose power banks ladegeräte freisprecheinrichtungen und weitere produkte denkt dran workshop punkt eu und der ganze auch auf workshop punkt eu löwe produkte die gehen bis zu 17 prozent meilen und preisnachlass ab august begrüßt der workshop neue produkte von löwe auf die in und outdow lautsprecher we here one und we here two gibt es für meist amort teilnehmer meilen und preisnachlass die lautsprecher sind dynamisch im sound aufladbar und zudem stylisch und sind online auf workshop eu zu finden wo sonst geht auf workshop eu denn dort kriegt ihr meilen punkte prämien dann kommt ihr näher an eure wunschflüge aktionszeitraum hier auch gott sei dank der ganze august ihr erinnert euch an mein video vom lufthansa koffer der aluminium collection und es hat mir auch richtig spaß gemacht diesen koffer zu reviewen für euch aber wer diesen koffer noch nicht hat kann ihn natürlich kaufen und dann auspacken und ein unboxing video machen und dieses dann auf instagram teilen jetzt fragt ihr warum ganz einfach die fünf kreativsten videos erhalten je das amenity kit mit personalisierter namensgravur auf den plätzen sechs bis 15 wartet ein attraktiver special edition beutel der nicht im handel erhältlich ist aufgepasst ganz wichtig die teilnahme lohnt sich denn es gibt einen trostpreis für alle die einen voucher nein quatsch ein video eingesendet haben denn die kriegen einen voucher über 20 euro rabatt auf den nächsten einkauf im worldshop und die aktion geht bis zum 20 8 also geschickt euer video vom unboxing von der lufthansa aluminium collection für doch gar nicht gesagt welcher koffer einfach nur etwas von der lufthansa aluminium collection und da ein unboxing machen das ist brandy die reise ente und diese reise ente braucht eure deine hilfe beim packen für ihren sommerurlaub pack your back das ist das worldshop gewinnspiel bei dem gewinnspiel könnt ihr helfen und damit habt ihr die chance dann auf tolle preise ich sage euch auch gleich welche es gibt aber zuerst erkläre ich euch das spiel ihr müsst mit der maus zielen drei oder maximal sechs produkte in den lufthansa aluminium koffer vom brandy zu bekommen und damit habt ihr dann direkt auch schon die chance auf drei mögliche gewinner zu gewinnen gibt es produkte wie die gopro hero elf black action dann gibt es von soundlink flex bluetooth den speaker der ist nämlich von bose geiles teil und apple airtags im vierer pack das sind die drei gewinne bekommen können bis zum 31 8 geht die aktion ihr findet natürlich wie immer den link unten in der beschreibung am schluss wie immer die lufthansa mails am moor meilen schnäppchen darauf wartet ihr ja die ganze sendung und zwar die lufthansa mails am moor meilen schnäppchen für den monat august auf der economy class oder in der economy class in der economy class und ich höre jetzt mal auf euch hier auf die folter zu spannen die sind wie folgende leipzig dresden münster osnabrück hin und rückflug natürlich inklusive buchenszeitraum 1.8 bis 31.8 und ihr wisst ja wie immer 15.000 prämienmeilen aber der reisezeitraum ist der 15.9 bis zum 31.10 dann geht es etwas weiter weg birmingham dublin amsterdam luxemburg oder bilbao da ist der buchenszeitraum auch wieder der ganze august reisezeitraum ist auch der 15.9 bis zum 31.10 wer weiter weg möchte nach charlotte oder nach los angeles der kann mit hin und rückflug für 30.000 prämienmeilen den buchenszeitraum natürlich denselben aber ihr wisst ja immer bei langen strecken ist der reisezeitraum etwas weiter in der zukunft damit ihr besser planen 15.11.2023 bis zum 31.12 gibt es die flüge in der economy class charlotte und los angeles ich freue mich auf los angeles ich bin selber dort vom september bis oktober mehrere wochen dann geht es in der premium economy weiter 40.000 prämienmeilen bringen euch nach dallas hin und rückflug und reisezeitraum ihr kennt das ja 15.11 bis zum 31.12 wichtig ist natürlich jetzt business class dresden münster osnabrück hin und rückflug 20.000 prämienmeilen kostet euch natürlich das ganze 15.9 bis zum 31.10 ist der reisezeitraum und dann gibt es noch mal für 25.000 meilen und dem selben reise und buchungszeitraum birmingham dublin amsterdam luxemburg bilbao in der business class 25.000 stück ihr wisst natürlich bei 25.000 prämienmeilen oder 20.000 oder 40.000 prämienmeilen da kommen natürlich noch gebühren und so weiter hinzu das solltet ihr beachten und ihr wisst ja es ist eine vorschau das heißt also es kommen noch weitere ziele dazu und ich drücke die daumen dass diese ziele auch in der business class los angeles oder irgendwas in den usa beinhalten würde mich freuen ist immer eine gute reise wert und jetzt denke ich dass wir mit dieser sendung ja durch sind ihr den kanal spätestens jetzt abonnieren sollte die glocke an machen solltet ein like da lassen solltet aber auch ganz ganz wichtig kommentiert was ihr von den meilen schnäppchen und dem meilen highlights haltet lasst mich das wissen ich bin gespannt ansonsten freue ich mich heute abend wieder um 19 uhr auf euch wenn ihr mit dabei seid bei frequent traveler tv zu der täglichen sendung in der ich euch mehr über meinen punkte und status erzählen also ich freue mich auf euch heute abend bis dann schau und kommentieren abonniere kanal also danke abonniere kanal also